Hallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Rolle der Minecraft Survivor Games auf dem Koppelserver, auf dem Kanal Multiplayer, mit dem TGW und mir dem Davio Nimmst du eigentlich auf? Nein Ja, mach das aber auch mal, falls ich zuerst stelle, auch wenn ich das nicht glaube, aber Ja, da muss ich jetzt nicht auf die Hand schmeißen Ja, okay, Page, Page, ist jetzt zu spät, kein Bock mehr Ähm, ja, das ist jetzt das erste Mal, dass wir diese Map hier spielen, das kann ja nur super werden Sieht scheiß so aus Ja, irgendwie Gefällt mir die auch nicht Ach Gott, schlechter Start Ja, aber echt Essen, ich hab noch nicht mal das Essen bekommen Komm, 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 komm Ja, ich hab das Essen bekommen Ich hab immer einen Geschwollschaufel, kann ich schon angreifen Ne, anscheinend nicht Ähm, wo bist denn du? Wo bist du? Da, hey Ähm, komm, gehen wir einfach mal irgendwo hin hier Warte Schnell Ja, komm, geh mal Ja War eh schon jemand, ja, war klar Ähm Ach, achso Wir sollten uns von den anderen, äh, wir sollten von den anderen weggehen, denn, soweit es anfängt Bin, hab ich jedenfalls gelust, ach, da ist ne Kiste, oder? Oder? Ah, nein, natürlich nicht Ach, da, hier Da, hier Ja, auch hier Pass auf, hier sind Leute, Leute Jetzt machen wir es nicht zu mit, eins, zwei, drei und dann nehmen wir Ja Ich hab, ich hab ein Lederding für dich Ein Lederding? Ah Und Stein Axt Gut, danke Und ein bisschen was zum Essen Ja, das kannst du wieder nehmen, ich hab genug Ja, das ist ja schon der dritte Versuch, hoffentlich wird der jetzt endlich mal was Weil wir so scheiße sind Ne, hier ist sogar der vierte, warum ist der jetzt eine Sack, hast du? Nein, der dritte Ja? Ja, auf jeden Fall hatten wir die Runden Wir sind so dumm! Hahaha Wir übersehen die ganze Zeit diese Kiste Ähm, ja, gehen wir runter, oder? Hier ist eh nix Ich hab nen Namen gesehen, glaub ich Okay Da unten ist ein Name Komm, komm 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 ja schon Der ist direkt da vor der Der ist da direkt vor der Tür Da, drinnen Sollen wir den dann angreifen? Ja, klar Ich brauch ne Waffe Achso, der hat gar keine Komm, komm, komm Ja, dann ist ja, dann können wir hier auch Schnell, schnell, schnell Da sind doch ganz viel Oh! Schnell! Okay, komm, wir hauen lieber ab Ich glaub, das ist besser Ja, dann hauen wir auch ab, ja? Ja, okay, komm Der Typ weiß auch nie, was er will Ach, die Kiste, komm, komm, komm Die ist doch eh schon der Das hätte ich dir auch sagen Hättest was gesagt Ja, hätt ich ihn nicht auf mich gehören, hättest trotzdem rein Ja, sicher, weil am Ende wäre noch was drin gewesen Na, also, warum hätt ich dir dann sagen sollen? Vorsicht, Vorsicht! Ich hau ab! Warte, er hat jetzt süßen, dieses Avengers-Gamepack von GameStar Renn doch! Ich kann nicht mehr sprintern! Hilf mir! Saug, 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 Kopf, ran Kopf warten Wann um! Ja, Mann! Hier ist ganz schön, Leute Gut, das ist gut, ich hab so Hunger Mein Essen reicht nicht Ah, ich nehme mir mal das Holzschwert Ist das besser als das? Ah, Essen Als eine Steinachst Ich hab hier noch das hier für dich und das hier Danke Was ist besser, Steinachst oder Holzschwert? Ah, sieht man, er ist eh Beides gleich gut, okay Dann nehme ich mal das Holzschwert, falls ich mal einen Block hiten muss Da kommt jemand Der Eisenschwert! Hau ab! Oh Gott Ah, ich kann nicht... Nein! Nein! Er ist von uns gegangen In den besten Situationen funktioniert die Sprintkasse nicht Tja, ist aber super Ich hoffe, dass jemand hinter mir ist Bin ich gelustet? Ach, es ist keiner hinter mir Was? Ein Glück! Da ist eine Kiste gewesen, nimm dir die Oh, ho, ho, ach da Na, nicht die Doch auch Ach, Steinschwert, siehst du? TGW-Instinkt Ja, ich sehe sie ja Oh oh Ah, boah So ganz Der Bedeutungs-Schwert Nichts und eher Renn dir Rennt, 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 rennt Das hat alles so gelust Bist du, bist so schlecht, der wie du, ist so schlecht, auf Twitch zuerst wenn ich nur, wirst du schlecht Los, schnappel dir, fliebe 1,2,3,4 Hör dich da ein sech Los, schnappel dir da ist ein zweiter geht aufeinander bitte bitte ich habe ein halbes schwarz alter ich kann nicht ich rede eh nicht mehr nicht mehr genug ich kann nicht mehr sprinten doch ich habe noch was essen kannst du mal bitte mich loben gut abgehauen aber das ist die Kiste ruhig schritten s hätte ich ich weiß nicht Rau wer ist nicht gestorben das ist der Pro geradeaus weiter jetzt rechts und dann geradeaus nicht über die Bäume, jetzt ein bisschen rechts halten rechts geradeaus ach so die da, die hatte ich schon nein das ist ein anderer die im Baum ja oh der ist mit, verarschen ich bin halb tot er kann mich mal Hasentaktik da ist du bringst deine Chance mit dir ja jetzt brauch ich ihn aber nicht oh 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 da ist der dumm alter, ich esse und der schießt an mir vorbei ich glaube ich geh jetzt einfach mal drauf komm 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 der ist drauf oh ich spange zurück essen komm komm du bist so da und du bist so da komm komm ja pass auf, pass auf ich hab ein Eisenschwert oh ich back schon wieder zurück der kommt der hat nicht mehr viel Leben das seh ich dem an komm 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 verliest du so was von ja bam alter digga wer hat gewonnen bam 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 ja wir haben eine Wunde die wir nehmen können ja boah mein Herz alter aufpassen nicht dass du noch am Mikro verweckst ja ich würd mal sagen gute Runde ne jetzt haben wir auch mal wieder was hochgeladen ja oh du war scheiße hä? oh du war scheiße was die war scheiße ich hab gewonnen Junge ja du bist nur neidig nein nein die war scheiße nein aber wenigstens spannend die war spannend ja also was auch nicht scheiße also halt jetzt deine Schnauze und Prozent 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 ja tschüss bis er hat alles zu beworben ja tschau ja die anderen müssen es natürlich noch ein Begriff ausdenken rechts und werden uns vorliegen was es ist genau und wenn ihr denkt dass ihr wisst was es ist oder halt ja einfach nicht in den Chat schreiben sondern sondern einfach reinbrüllen hast du warte gut REIN weil Slup ähm Dartschreiben nein kommst du an Dartschreiben nein kommst du an Dartschreiben blutfleck aber sicher nicht nein ähm guter Ding das Auge ist sauerhaft red ring of death nein nein ja